In diesem Video zeigen wir Ihnen Tipps und Tricks zum Arbeiten im Stehen. Versuchen Sie regelmäßig ein Bein zu entlasten, indem Sie einen Hocker oder ähnliches verwenden, um ein Bein darauf abzustellen. Entspannen Sie den Halteapparat, indem Sie sich an eine Wand ablehnen, die Knie sind leicht gebeugt, der Rücken ist gerade. Für eine kleine Kräftigung zwischendurch drücken Sie sich regelmäßig auf die Zehenspitzen und lassen langsam nach. Als Ganzkörperübung können Sie das Gewicht vor und zurück verlagern, ohne das Gleichgewicht zu verlieren und aktivieren so die Rumpfmuskulatur. Um die Beinmuskulatur zu trainieren, können Sie regelmäßig Kniebeugen machen, gehen Sie dabei nur leicht in die Knie und lassen Sie den Rücken gerade. Die Beinmuskulatur Die Beinmuskulatur Die Beinmuskulatur